Unter den Knurreichen. Herzlich willkommen meine lieben Freunde da draußen. Heute spielen wir Kapitel 5. Ausgerüstet mit den magischen Mitteln, um Harkanibus zu verteidigen, eilte Sigrun von diesem dunklen Ort zurück. Doch niemand entkommt so leicht den Fängen von Gur, wo selbst die Luft hungrig werden und ihre Beute verschlingen kann. Das ist keine besonders eindeutige Aussage, was uns jetzt hier erwartet, aber ich habe das Gefühl, wir haben ein sehr, sehr ekelhaftes Rückzugsgefecht vor uns. Also ich soll auf jeden Fall jetzt hier, zerstört jede Knurreiche mindestens ein... Ach, Knurreiche. Ach, das ist eine Knurreiche. Okay, ich habe jetzt gedacht, dass das... Ich dachte erst, man streit Knurr mit einem R und dann Reiche. Also eine Knurreiche. Okay, zerstöre alle Wachturme innerhalb von 12 Minuten. Schließe das Kapitel in höchstens 40 Minuten ab. Äh, das... Innerhalb von 12 Minuten? Ich weiß auch noch gar nicht, was wir machen müssen. Lass es uns herausfinden. Also es sieht so aus, dass wir hier Bäumchen kaputt schlagen müssen. Okay, wir sind drin. Dieses Mal ohne Video? Das ist das erste Mal. Der Feind offenbart sich. Was ist das da? Sturm gibt's, komm! Die Toten haben sie nicht erwischt. Moderfang muss das wissen. Blitze von Asir! Jeder Schlag bringt uns dem Sieg näher. Positionierung ist das Herz. Ah, da ist irgendwie ein Wachturm. Ich glaube, die muss ich zerstören. Ein unbeweglicher Krieger steht kurz vor der Niederlage. Die Orochs versperren uns den Weg. Und es gibt keinen anderen Weg, den die Späher finden konnten? Dann brechen wir ihre Moral mit der Stärke von Sigmars Kriegern. Zu den Waffen, Sturmgeschmiedete! Der Oroch-Wachturm bedroht unseren Vormarsch. Er muss zerstört werden. Ja, ich guck mal, wie viel Schaden der macht. Ich greife ihn mal an. Äh, tut schon weh. Ja, aber so schlimm ist es auch nicht. Okay, das ging eigentlich. Okay, dann können wir hier direkt mal weitergehen. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Dingern es jetzt hier gibt. Ich schau mich mal um. So, wir holen jetzt mal schnell das da. Dann haben wir noch hier die Fernkämpfer dazu. Die tun wir auch mal da drüben hin. Ähm... Ich meine, die Helden sind schon relativ autonom. Ah, ich kann zum ersten Mal regulär bauen. Das ist ja mal witzig. Okay. Dann bauen wir das jetzt hier gerade eben mal auf. Beziehungsweise, ihr kommt hierher und macht das hier weiter. Da oben gibt es einen Punkt, den ich einnehmen muss. Oh, heidelio. So klar, wie das Licht von Asien. Der Feind kommt über mich. Kein Ruhm ohne einen Tiermann, der neu geschmiedet ist. Sigmar, gebt uns eure Kraft. Ich mach das mal absichtlich, deswegen, dass er sich gleich mal wieder hochheilt. Wir werden heute überdauern. Und jetzt nehmen wir mal hier diesen Punkt hier ein. Den können wir dringend gebrauchen. Genauso auch wie hier diesen mittleren Punkt hier. Oh, das ist so eine Eiche. Ist das so eine Eiche? Schweißes nicht. Wir stellen uns da mal auf. Oh, hi. Ich greife mal hier sofort von hinten an. Gut. Also ich habe zuerst mal eine Standardschlacht jetzt hier am Laufen. Julio. Du kannst schon mal hier hingehen. Du kämpfst hier noch mit. Also ich habe diese Punkte jetzt hier eingenommen. Ich muss diesen Turm jetzt hier noch vernichten. Wie viele Türme gibt es denn hier? Ich laufe jetzt erstmal das hier noch ganz kurz mal ab. Oh, da ist Feindkontakt. Wir haben schon wieder ein paar Aegis Boys. Okay, das kann mir glaube ich egal sein. Also wir haben jetzt das hier genommen. Und jetzt kann ich mir glaube ich zum allerersten Mal hier Verfügungsgewinn gönnen. Dann gehst du da hin. Oh, da ist Feindkontakt. Das hier können wir immer noch halten. Die sind jetzt auch noch dazu gekommen. Ihr geht jetzt mal hier hin und schaut mal wie es jetzt hier aussieht. Ja, das gewinnen wir wieder easy. Und unsere Taten haben dazu beigetragen, dass die jetzt nicht mehr existieren. Das ist doch schön. So, wir greifen jetzt den hier in den Rücken. Das ist nochmal so ein Wachturm. Das ist doch schön. Mehr Truppen kann ich nicht haben. Aufwertungen, Verteidigung, getarnte Pfade, erhöht die Verteidigung gegen jeglichen Schaden. Das mache ich jetzt mal mit denen hier. Wer sind die pirschende Klinge? Oh shit. Ne, 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 da sehe ich was. Das ist nicht gesund. Das müssen wir anders machen. Machen wir das Banner der Heilung hier. Ihr geht schon mal dahin, weil ich glaube, dass ich diesen Trumm jetzt hier angreifen kann. So, ich habe die Heilung jetzt hier gemacht. Dann machen wir mal hier noch die Heilung. Die heißt, wir bekommen weniger Schaden, würde ich sagen. Jetzt greift hier mal das Ding an, ey, verdammte Axt. So, das hier haben wir auch geschafft. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die überall alle sind. Ähm, wir nehmen immer noch das hier ein, gerade eben. Oh shit. Hier flieht. Ja, wir müssen da jetzt ran hier. Und jetzt das hier noch angreifen. Ah, ärgerlich, was jetzt hier gerade passiert ist. Ihr geht hier hin. Ähm. Das haben wir komplett verloren, das Ding, das ist super ätzend. Okay. Was wir jetzt hier rein machen, ist ein, nicht ein Reichsteinproduzent, sondern wir machen hier etwas hin, was Schaden verursacht. Wenn der Gegner hier vorbeikommt, soll er Schaden erleiden. Dann können wir das jetzt hier nochmal schnell nehmen. Du greifst das hier noch schnell an. Ihr greift diesen Turm jetzt hier an. Ich muss noch einen Wachtturm zerstören. Und das dürfte dann innerhalb von diesen zwölf Minuten sein. Würde ich mal behaupten, oder? Was sollen wir tun? Ich hoffe mal, dass ich denn so. Wir stehen euch zur Verfügung. Los, Bewegung. Der Feind wurde entdeckt. Äh. Okay, das hat irgendwie nicht so recht geklappt hier. Okay, das Ding hier hat sich tapfer gewehrt. Das ist doch schon mal was. Was ist denn hier schon wieder los? Hä? Warum? Die Sturmgesglauben, sie können die Knurreichen töten? Die ersticken Ergorts Atem. Die Oruks setzen diesen elenden Sumpf gegen uns ein. Das Artefakt könnte helfen. Mit Hilfe seiner Macht könnte mein Kettenblitz-Zauber diese Knurreichen zerstören. Zerstört die Knurreichen mit eurer Magie. Während wir die Oruks erledigen. Schneiden sie in Stücke. Okay, wilde Nummer jetzt hier. Kann ich das irgendwie reparieren? Ich glaube nicht. Ich kann es nur maximal mal irgendwann mal aufwerten. Aber das ist momentan noch nicht drin. So, hier möchte ich jetzt gerne Reichsstein generieren. Ihr fliegt jetzt hier kurz noch weg, weil der hier macht jetzt, glaube ich, echt übel Damage. Ihr greift jetzt den hier noch an, damit ich das hier noch erobern kann. Wir haben jemanden verloren. Ich muss gerade mal gucken, wen ich verloren hatte. Ich hole noch mal so einen Boot jetzt hier ran. So muss der Rest von euch jetzt hier regenerieren. Oh shit. Umdrehen. Du rennst auch mal kurz mal nach Hause. Du rennst auch mal gerade eben mal nach Hause. Sehr gut. Oh, jetzt wo wir das hier besiegt haben, müssen wir schon noch dir besiegen. Ihr könnt jetzt gleich rausgehen und das hier noch einnehmen. Und du kannst es hier wieder mal, das ist Banner der Neugeschmiedeten machen. So, die regen jetzt hoch. Kann ich dich eigentlich upgraden? Ja, dich kann ich upgraden. Dann krieg ich mehr Einheiten und bessere Einheiten. Ja, ja, wir werden sehen, ob ihm das gelingt. So, wir nehmen jetzt das hier schon ein und machen es auch schnell mal kaputt. Die regen noch. Ich soll mal diese Artefaktwelle hier, glaube ich, benutzen. Um das hier kaputt zu machen. Oder mal gucken, kann ich das jetzt auch so zerstören oder geht das nicht? Ja, mal gucken, ob sie das kann. Dies ist Macht. Wir haben die Macht, die wir brauchen. Wir haben eine arkanne Leitung erobert. Kettenblitz. Der Zorn von Asir. Die Knurreiche ist vernichtet. Oh, geil. Die Folge kann wieder frei atmen. Also eine haben wir schon mal. Als wäre eure Magie besser als unsere Sumpfmagie. Das wird sich noch zeigen, ob das so ist, ne? Okay, wir holen uns hier noch mal ein bisschen Reichstein. Den können wir nämlich gebrauchen. Das Ding hier kann man nicht angreifen. Also ich muss das mit Magie machen. Wie mir scheint. Okay, ihr geht jetzt hier noch mal zurück. Genau, du machst den jetzt ja alle. Jetzt nehmst du das hier schnell ein. Ihr heilt hier gerade eben noch schnell. Ich kann neue Einheiten jetzt rekrutieren. Und die brauche ich jetzt auch ganz dringend, um meine Probleme jetzt hier in den Griff zu kriegen. Ihr seht meine Probleme hier. Sie sind diskussionswürdig. Ich weiß immer noch nicht, was... Ach, jetzt weiß ich, warum. Ich werde hier angegriffen. Ich weiß doch nicht, wie sie da hingekommen sind, aber sie sind da hingekommen. Ja, 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 das ist toll, das ist toll. Äh, wir holen jetzt noch mal zwei solche Schützen. Ja, wenn du das sagst, äh, wir werden sehen. Sieg mal. Ah, sie haben es leider kaputt gemacht. Ich gucke mal, ob ich da drüben hinfliegen kann mit denen, ohne dass das Vieh mich jetzt hier ärgert. So, jetzt wieder da hoch. Ah, sie haben das hier kaputt gemacht. Das ist super ätzend. Äh, nee, der ist hier nicht lebendig. Oh, sie fliegen jetzt erst durch. Mal gucken, ob das Ding mir die Flieger angreift. Mhm. Landen. So, du musst jetzt da ran. Wenn ihr das jetzt hier noch fightet, gehst du mal da drüben ran und musst dieses olle Ding hier kaputt machen. Okay, du fliegst wieder. Und machst jetzt mal, dass du auch nach Hause kommst. Kämpftart für die... Ja, das machen wir jetzt auch. Und jetzt nehmen wir wieder den Kollegen jetzt hier schnell mal einen auf den Weg hier hin. Morg, spuck deinen Atem aus. Erstick die Sturm, geht's. Unsere Strategie schlägt fehl. Hä? Unsere Feinde... Lol, der ist hier einfach gespawnt. Ich hasse das, dass das passiert. Der Feind ist über mir. Ich hasse das wirklich. Banner der Neugeschmiedeten. Bei Siegfassstärken. Schraub zur Jagd. Die Wurzeln einer Knorr-Eiche sind stark. Diese hirnlosen Sturmgitz glauben, ihre Magie kann sie töten. Okay, das ist vielleicht jetzt nicht so gut. Wir sind bereit. Bewegt euch schnell. Heißt das jetzt, ich muss die hier auf Zeitdruck killen oder wie oder was? Den Eindruck gewinne ich jetzt hier gerade eben. Die Jagdwache. Mehr Feinde zum Zerstören. Unsere Kontrolle über die erkannten Energien hat zugenommen. Wir werden angegriffen. Unsere Himmel sind bereit. Ja, ich habe den Eindruck, dass ich das hier auf Zeitdruck machen muss. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ätzend. Siegmaar's Jäger sind bereit. Schneller Angriff für gewinnen Kämpfe. Okay. Unsere Waffen sind bereit. Keindliche Manöverwenden im Kampf gegen uns. Der Plan des Feindes ist in der Nähe. Nein, ihr sollt nicht alle da hingehen. Ich will nur einen Teil von euch hier lassen. Erwartet euren Befehl. Der Rest von euch geht jetzt hier rüber. Lol, ey. Schon wieder? Also ich finde es echt unwitzig, dass anscheinend die permanent Truppen hier spawnen lassen. Die mir dann hier die Position streitig machen können. Das mag ich gar nicht. So, wir kommen uns hier von der anderen Seite. Könnt ihr noch mit angreifen. Äh, ein Kettenblitz hier noch auf den da. Ich glaube, das war gerade eben deren Charaktermodell. Da ist nochmal einer, der mir hier gerade Ärger macht. Das Problem an der ganzen Sache ist. Siegmars Jägers Entfernung. Ähm. Das Blatt wendet sich. Für Siegmar. Brauchen wir Flieger, ey. Die sind dann einfach mobiler und schneller. Unsere Hammer sind bereit. Der Feind erobert unsere arkane Leitung. Ey, die sind halt einfach überall, ey. Das ist so ätzend. So, ich mach das hier nochmal ein bisschen stärker. Wir haben den Feind entdeckt. Warum kämpft ihr? Ey, ohne Witz, dass die nicht kämpfen, wenn sie hier beschossen werden. Aus fünf Mitteln Entfernung regt mich auf. Das regt mich wirklich auf. Du rennst es mal dahin. Dieser Feind wird gebrochen. Ihr rennt jetzt einfach mal ganz, ganz schnell alle nach Hause und heilt euch. Den Rest habe ich nämlich leider jetzt hier gerade eben verloren. Du rennst wieder dahin. Du fliegst hierhin. Er zerstört es über diesen Baum. Ich darf doch nicht warten, die sind schon wieder hier. Die sind schon wieder hier. Mh-mh. So, jetzt gehen wir mal wieder hierhin zurück. Fliegen hierhin. Du hier schnell dahin. Fliegen hierhin. Ja, die bauen jetzt hier schon wieder gerade eben die Eiche auf. Boah, ey, ohne Witz. Das ist ja knüppel-dick hier gerade eben, ey. Ich sag's euch. Wir müssen zurückkehren. Unsere Streitkräfte erobern, ein wichtiges Ziel. Ja, ich habe den Punkt hier wieder verloren. Das ist natürlich super kacke. Okay, wir landen. Ich habe keine weiteren Flieger mehr. Ich brauche wieder welche. Ihr rückt jetzt hier vor. Du machst... ... ... ... ... ... Wo ist mein Magier? Der läuft hier gerade eben. Der muss jetzt hier diese olle Eiche sich jetzt hier holen. So, aber lebt die schon wieder? Ne, das ist eine andere. Okay. So, die stehen jetzt hier rum. Ihr greift das da an. Ihr greift hier an. Du läufst hier einfach schnell durch. Wir haben uns schon wieder neue. Sehr gut. Fliegen. So, ihr geht da drauf. Ich habe keine Ahnung, wie lange der das jetzt hier noch durchhält, ey. Aber ich muss mich jetzt darum kümmern. Jedes Mal, wenn ich hingucke, ist da ein Soldat weniger am Start. Sigmar gefällt unsere Strategie. Nur ein Bruchteil seiner Kraft. Artefaktwelle. Sigmar. Rentenblitz. Der Zorn von Asir. Die Knurreiche ist nur noch Asche. Das Gift löst sich auf. Gut. Hör zu, wie dieser Sturm geht zersticken. Schneide sie, Jungs. Lol. Der ist natürlich hinter mir. Ist klar. Das ist doch so lächerlich, ey. Das ist doch so lächerlich. Hier greift die hier schnell an. Hier zieht euch mal zurück, dass ihr nicht sterbt. Was ist Sigmars Wille? Nicht mehr lange, Sturmgesprächte. Da ist auch noch einer. Was ist jetzt los? Oh nein. Nächste Runde. Äh, ich brauche nochmal so ein Schützenteil hier. Okay. Du gehst hier hin. Das haben wir jetzt hier gerade eben wieder gewonnen. Was nicht unbedingt einfach ist. Okay, du machst dich wieder zurück. Du bist eigentlich auch schon... Das sind alle erledigt. Du heilst dich jetzt hier mal gerade eben mal. Dies ist Nacht. Himmlische Blitze. So. Den haben wir hier mal professionell auseinandergenommen. Was, ein feindlicher Eroberungsversuch gestartet. Ach, hier schon... Hä? Ich bin natürlich sofort wieder gerade eben... Okay. Du musst dich jetzt schnell da wieder hinbewegen. Mir fehlt schon wieder was, was fliegen kann. Was theoretisch schnell da rüberkommt. Ich muss da jetzt eingreifen. Irgendwie muss ich da jetzt eingreifen. Findet euer Heil im Sturm. Wir werden die unrechtlichen Zeit machen. Euer Befehl. Vergebt Blut! Ja, die werden das kaputt machen. Ich kann dagegen nichts tun. Ich kann dagegen nicht viel... So, die haben das Ding hier schon wieder genommen. Ah, shit. Sie haben es natürlich geschafft. So ein Mist. Komm her! Die laufen hier überall rum. Ja, er muss sich jetzt erstmal kurz mal heilen hier. Dass er einfach durchhält. Du rennst hier rüber. Aber wenn wir Glück haben, haben wir es gleich geschafft. Äh, lol. Also die Hektik... Die Hektik ist auf jeden Fall real, ey. Ich sag's euch. So, du kannst jetzt hier hingehen. Da bist du nämlich hier, glaube ich, ganz, ganz gut aufgestellt. Hier steht auf dem Teil da drauf. Boah, geschafft! Das war hektisch. Ich sag's euch. Boah, okay. Also... Das Spiel ist halt... Ja, leicht atmen. Ja, genau. Ja, mich auch, ey. Okay, wir haben's geschafft. Äh, sind auf Stufe 15 geworden. Äh, ich weiß jetzt gerade eben nicht, wie viele... Ah! Ich hab's nicht geschafft, die Wachtturm innerhalb von 12 Minuten. Aber das muss ja knapp gewesen sein. Ey, das Video hat doch gerade mal 26 Minuten gedauert. Bis jetzt. Und diese Türme hab ich seit Ewigkeiten zerstört. Boah, kann mal jemand... Kann mal jemand bitte reinschreiben in die Kommentare? Wie lange ich gebraucht habe? Oder ob das jetzt ein Fehler ist? Egal. Äh, wir gehen zur Kapitelauswahl zurück. Als nächstes, äh, würden wir Kapitel 6 Feuchtfurchts Schachzug spielen. Interessante Namensgebung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade. Musik.